Herzlich Willkommen in meiner Welt. Herzlich Willkommen im schönen Österreich im Salzburger Land. Ich stehe heute hier am Gipfelkreuz eines meiner Lieblingsborgen. Mit wahnsinnig Sonnenuntergang mit Blick auf die Wintersportregion Saalbach-Hinterklepp. Hinter mir ist mein Wohnort Saalfeld. Mein Name ist Daniel, ich bin 34 Jahre alt und im darauffolgenden Video darf ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise. Quer durch mein Leben, meinen Beruf, meine Hobbys und meinen Lifestyle. Viel Spaß damit! So wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Du bist so wie du bist, die Liebe, sie liegt wohl in deiner Natur. Genug von den Normen, fast jeder versucht dich zu formen schon seit der Geburt. Business und Kohle, Fitness und Mode sind nur ein Teil der Tortur. Bleib wie du bist, denn für mich ist deine Erscheinung Bereicherung pur. Ich schleiß sie ins Spur, Seite an Seite mit dir, ich meinte zu ihr. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag nicht so wie du bist, ich mag nicht so wie du bist Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist